Schwarz steht hier ganz angenehm, ist ordentlich entwickelt, hat ein bisschen Druck auf den weißen Damenflügel und hat vor allem die offene C-Linie. Es ist noch nichts Entscheidendes passiert, aber Schwarz hat hier keinen Grund zu klagen. Die Frage ist, wie geht es weiter? Und diese Frage gebe ich mal an dich weiter, bevor wir uns gleich in der Partie anschauen, wie Christian Glöckler hier in dieser Partie fortgesetzt hat und wie sie ausgegangen ist. Du kannst das Video an dieser Stelle anhalten. Ich erzähle noch ein bisschen darüber, was wir hier sehen. Wir sind in Bremen beim 125-jährigen Jubiläum von Werder Bremen und vom 75-jährigen Jubiläum der Schachabteilung von Werder Bremen, das ja nicht nur in der Fußball, auch in der Schachbundesliga spielt. Die haben eine große, sehr, sehr aktive, rührige Schachabteilung. Das ist einer der wenigen Klubs, die einen hauptamtlichen Coach haben. In Bremen passiert eine ganze Menge und die machen am Anfang jedes Jahres ihr Großmeisterturnier. Und dieses Jahr war das ein besonderes, weil es eben mit diesen beiden Jubiläen zusammenfällt. Christian Glöckler war ein Teil des 24-köpfigen Feldes, das aus vielen Talenten, vielen Bremer Bundesligaspielern und Spielerinnen bestand. Und natürlich einigen Gästen aus dem Ausland. Wir sehen hier ja schon Zaha Efimenko, ein etablierter ukrainischer Großmeister, der schon mal über 2700 ELO war. Nebenbei, ich habe eben nachgeguckt, dessen ELO-Bestwert ist 2708. Davon hat er sich jetzt ein bisschen entfernt, aber mit seinen 2568 ist er immer noch locker gut genug, um beim Bundesliga, ich glaube Tabellenvierten oder Dritten sogar, Werder Bremen an einem hohen Brett zu spielen. Ein ganz etablierter Mann, der in der sechsten Runde auf Christian Glöckler traf. Die gute Nachricht des Turniers können wir vorwegnehmen. Christian hat eine IEM-Norm geschafft. Die zweite, binnen nicht mal vier Wochen. Er hat ja gerade schon Mitte Februar bei einem Turnier in Belgien eine IEM-Norm gemacht. Georgios hatte darüber berichtet, wenn ich das richtig gesehen habe. Und jetzt in Bremen gelang ihm gleich die zweite. Und ich würde mal prognostizieren, dass der gute Christian bei der Tendenz, die wir bei ihm sehen, noch in diesem Jahr IEM wird. No pressure. Aber der ist halt so riesig begabt und so stark. Und das Schacht, das der zeigt, ist von so einer Tiefe und von so einem Talent geprägt und auch so korrekt und gediegen schon, so gar nicht zwölfjährig. Das ist schon irre und überragendes Talent. Und das würde mich sehr wundern, wenn der dieses Jahr nicht noch die dritte IEM-Norm hinlegt und sich diesen Titel sichert, um dann den Nächsten in Angriff zu nehmen. Das wäre dann der GM-Titel. Zur Erinnerung, Vincent Keimer war 14, als er GM geworden ist. Mal gucken, wie lange Christian braucht. Ja, diese Partie ist auch so ein bisschen sinnbildlich für die sehr starke Leistung, die Christian Glöckler in Bremen abgeliefert hat. Denn auch gegen so Leute wie Zaha Efimenko ist er immer gut in die Partie gekommen und häufig spielt er aus der Position der Stärke und insofern auch hochverdient und ganz klare IEM-Normen. Da war also kein Glück oder so dabei. Und diese Partie aus der sechsten Runde, die nehmen wir jetzt mal genauer unter die Lupe. Und wenn du noch gucken möchtest, was du denn an dieser Stelle ziehen würdest, dann halt das Video bitte jetzt an, denn wir springen an den Anfang. Ich weiß übrigens nicht genau, wie das jetzt bei dir aussieht. Ich habe jetzt hier den Christian einfach mal drin gelassen, aber es kann sein, dass mich YouTube dann mit einem Strike bedroht, wenn ich Kinderfotos zeige. Und dann kann es sein, dass ich es dann nachträglich doch noch rausnehmen muss. Also wenn ihr den Christian jetzt nicht seht, dann wisst ihr, woran das liegt. Wenn ihr ihn doch seht, dann wisst ihr, dass YouTube mir keinen Strike gegeben hat und ich das Video so durchgehen lassen konnte. Ist mal ein Versuch. Normalerweise lasse ich ja bei Kindern das Foto einfach immer automatisch weg, um nicht diesen Strike zu riskieren. Aber heute den Christian wollte ich gerne zeigen. Insofern, ich lasse es mal so laufen. Kann aber sein, dass ich ihn nachträglich dann doch rausnehmen muss. Sehen wir dann. Okay. Zaha Efimenko. Großmeister Zaha Efimenko beginnt die Partie mit Springer F3. Wir gucken uns das Ganze aus Christians Perspektive an. Springer F6. G3, C5. Das sieht, ja, wie sieht denn das aus? Ein bisschen Englisch vielleicht. Oder das kann auch noch ein königsindischer Angriff werden. Hängt davon ab, wie Weiß sich jetzt im Zentrum aufbaut. Er kann hier C4 spielen oder D3. Er kann aber erst auch hier nur noch gar keinen Zentrumsbauern bewegen. Was er tut, ist D4. Und D4 ist dann eher im Geiste der grünfeldindischen Verteidigung. Ihr seht schon, die Maschine ist gar nicht so super begeistert davon. Das liegt daran, dass die Maschinen so gerne Raum haben. Und den kann sich hier Schwarz sichern. D4 bietet Schwarz an. Okay, komm, baue du dir ein Zentrum. Und mein Plan wird sein, dieses Zentrum dann zu attackieren. Hier muss ich Weiß entscheiden. Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Der Springer kann nach B3 gehen. Man kann auch auf C6 tauschen. Die Hauptidee davon ist, wenn Schwarz dann, wie es im Lehrbuch steht, zum Zentrum zurückschlägt, dann kriegt man so eine Stellung, die tatsächlich im Geiste der grünfeldindischen Verteidigung ist, mit vertauschten Farben. 0,0, D5, C4. Ihr seht hier neulich, Gukesh und Abdusatorov hatten das auf dem Brett. Das ist jetzt wie eine grünfeldindische Verteidigung mit vertauschten Farben. Schwarz hat zwar das Zentrum, aber Weiß hat den Druck gegen dieses Zentrum und möchte auf diese Weise zu gutem Spiel kommen. Insofern ist an dieser Stelle, wenn Weiß Springer C6 spielt, tatsächlich D schlecht C, der präzisere Zug. Obwohl da ja so ein bisschen gegen die Lehre, wir schlagen in Richtung Zentrum, verstößt. Hier schlagen wir aus dem Zentrum und schaffen damit einmal eine symmetrische Stellung. 4 gegen 4 am einen Flügel, 3 gegen 3 am anderen Flügel. Geben mit Schwarz auch gerne freiwillig unsere Rochade ab. Denn der König hat hier auf C7, nenne ich da, hier auf C7 schon ein perfektes Feld. Schwarz ist prima entwickelt, hat keine Probleme seine Figuren rauszukriegen. Hat schon einen im Zentrum, Weiß hat da eher keinen. Schwarz ist total okay, klarer Ausgleich. Das ist für Weiß nicht so richtig ergiebig. Und darum wird das hier auch nicht so häufig gespielt. Und die Weißen spielen dann eher Springer B3. Was aber auf eine Weise auch verpflichtend ist, denn Schwarz baut sich jetzt dieses Zentrum mit D5. Und wie wollen wir da gegen Druck entwickeln? Das muss Weiß natürlich jetzt erstmal zeigen. Läufer G5 ist der naheliegende Zug, denn jetzt droht Läufer F6 und der Bauer D5 steht unter Druck. Insofern müssen wir da was machen. Aber da können wir ja mit einem ganz normalen Entwicklungszug diesen D5 decken. Schwarz spielt Läufer E6. 0,0 Läufer E7. Und ja, jetzt steht halt Schweiß vor der Frage, wie komme ich denn jetzt weiter? Also du kannst ja diese zwei hier nicht so stehen lassen, sondern du musst sie dann halt irgendwie unter Druck setzen und nach eigenem Spiel fahren. Und das ist in dieser Stellung gar nicht so leicht. Am häufigsten gespielt wird hier der Zugspringer C3, der dann den Druck auf den Punkt D5 ein bisschen verstärkt und den auch zum Vorgehen animiert. Also man kann hier sich zwischen E4 und D4 unterscheiden. Beides ist dann allerdings mit Felder Schwächen verbunden. Wenn man diese Phalanx in Bewegung setzt, dann entblößt man damit auch Fehler. Wenn du E4 spielst, dann hat Weiß das Feld D4, mit dem man arbeiten kann. Oder wenn man D4 spielt, wie es Jan Gustafsson mal gegen den ägyptischen Großmeister Ahmed Adli getan hat, dann geht halt die Diagonale auf. Und so kann Weiß dann ein bisschen argumentieren, ja, ich habe ein bisschen was, mit dem ich arbeiten kann. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns hier diese Stellung angucken, ja, Weiß kann das hier anhebeln. Aber Schwarz ist so aktiv, die weißen Springer sehen nicht so richtig glücklich aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Schwarz hier irgendeinen Grund zur Sorge hat. Da bin ich total bei Stockfish, der das schon lieber mit Schwarz spielen möchte. Und das wäre bei mir auch so. Aber Springer C3 ist dann so am ehesten vielleicht im Sinne der weißen Stellung. Wenn man direkt C4 spielt und das hier angreift, dann ist wahrscheinlich das Rausnehmen gar nicht so toll. Auch das ist okay für Schwarz, aber man kann dann zum Beispiel Läufer C6, BC spielen und die Bauern zersplitten, die Damen tauschen und dann hat man Springer A5 und kriegt wahrscheinlich auf der C-Linie den Bauern zurück. Da hat man ein bisschen was. Auf C4 ist wahrscheinlich der beste Zug, dann D4 zu spielen. Naja, dann steht der auch doof da, der hat kein richtiges Entwicklungsfeld. Ganz unmittelbar hängt der Bauer C4. Schwarz hat diesen riesigen Raum. Also so richtig glücklich ist das alles nicht. Wir sehen ja auch, Zaha Efimenko hat hier schon 9,49 reingesteckt, um sich zu überlegen, wie wollen wir denn hier weiterspielen. Eine Möglichkeit ist hier Läufer F6. Auch das hat es schon gegeben. Der Idee, wenn der Läufer zurücknimmt, dann kann man ganz gut C4 spielen, denn dann ist das Feld C5 entblößt. Und dann nach D schlecht C, Springer C5. Das gab es mal zwischen Peter Swigler und Sergej Kajakin. Der ist hier offen. Wir haben Druck gegen den. Bei Bedarf können wir auch mal hier tauschen und dann ruinieren wir die schwarze Struktur. Da ist dieser Bauer nicht so richtig viel wert. So kann man das spielen. Wahrscheinlich ist es hier besser mit GF zurückzunehmen. Weil dann hat der weiße Springer das Feld C5 nicht und es sind wieder nicht so richtig Hebel zu sehen. C4 oder E4 machen beide keinen tollen Eindruck. E3 hat hier Gata Kamski mal gespielt. Vergangenes Jahr in einem Blitzturnier gegen Paravanian. Aber ja, mit Weiß auf Eröffnungsvorteil pochen sieht auch anders aus. Aber irgendwas muss man ja machen. Zahar Efi Menke entscheidet sich hier für Springer 1, D2 nach 9,49. Und er möchte jetzt gerne E4 spielen und hat dann wenigstens beide Springer entwickelt. Christian spielt Dame B6. Dame B6 ist sehr, sehr stark. Das ist ein schönes, aktives Feld für die Dame. Und das legt auch ein bisschen den Finger darauf, dass der Springer B3 jetzt nicht so richtig eine glückliche Figur ist. Ein tolles Feld hat er nicht. Und wenn er auf ein schlechtes Feld zieht, dann fällt dann auch der B2 um, während die schwarze Dame da sehr aktiv steht. Das sieht gut aus. Und nach E4, D4 steht der halt ganz offensichtlich falsch. Die Stellung wäre wahrscheinlich super für Weiß, wenn der Springer nicht auf B3, sondern auf D3 stünde. So als Blockadefigur für diesen D4 vorgerückten Bauer, der dann ein bisschen auf E5 Druck macht. Der vielleicht mal sogar den Hebel F4 unterstützt. Dann wäre Weiß wahrscheinlich ganz zufrieden. Der Springer auf B3 ist nicht so richtig glücklich. Und Weiß ist die Eröffnung, man kann schon fast sagen, missraten an dieser Stelle. Und ein Indiz dafür ist auch das, was Zaha Efemenko jetzt macht. Denn der macht jetzt erstmal Klimmzüge, um sich überhaupt erstmal zu entknoten und seine Puppen richtig hinzustellen. Er möchte halt, ich habe hier ja diese Felder schon markiert, er möchte halt gerne den Springer zum Beispiel nach D3 überführen, wo der viel besser stünde. Aber wenn man den Springer jetzt wegzieht, dann fällt er auf B2 ein Bauer um. Das ist der Grund, warum Efemenko an dieser Stelle Turm B1 spielt. Man könnte hier, das habe ich noch als Variante, man könnte C3 versuchen und direkt hebeln. Das wäre vielleicht so der etwas konsequentere Weg, das zu spielen. Aber Schwarz stört das nicht groß. Man kann es hier Turm D8 machen, kann es auch einfach auch hier. Und es bleibt dabei, dass Schwarz hier sehr angenehm steht. Efemenko verzichtet auf diesen Hebel, wäre eine andere Partie, spielt Turm B1. Prophylaktisch überdeckt mal den B2 und macht damit den Springer C1 flexibel. Schwarz rochiert. Jetzt könnte er Springer C1 spielen. Stellen wir mal aufs Brett. Das Problem ist, er kann danach den Springer immer noch nicht ziehen, weil dann hängt ja der A2-Bauer. Der ist immer noch Roma, weil jetzt deckt er den A2. Entschuldigt. Und darum spielt Efemenko dann erst noch A3. Den zweiten Entknotungszug, der nicht viel leistet, der nur dem Ziel dient, den Springer beweglich zu machen. Denn jetzt könnte er in einem Schwung Springer C1 und als nächstes Springer D3 spielen und auf A2 hingeht kein Bauer. Das ist natürlich ziemlich traurig aus weißer Perspektive. Aber so sind die Weißen wenigstens beweglich. Und Schwarz sollte hier Vorteile haben. Christian verpasst allerdings an dieser Stelle den wahrscheinlich präzisesten Zug. Was Christian macht, wir werden es gleich sehen, ist auch gut. Aber es ging wahrscheinlich noch besser oder noch ein bisschen kräftiger. Den hat mir die Engine gezeigt. Springer G4. Da war ich überrascht, als ich den gesehen habe. Und dachte, was soll denn die Idee davon sein? Der macht doch auf G4 überhaupt nichts. Aber wie so häufig, da sind halt dann so kleine taktische Tricks in der Stellung. Springer G4 bietet diesen Abtausch der Läufer an. Der Schwarz natürlich sehr zu Pass kommt. Bauern auf Schwarz festgelegt. Schwarzfeldiger Läufer eher der schlechte Läufer. Insofern tauschen wir den gerne ab. Läufer E7, Springer E7. Und wenn Weiß jetzt mit seinem Plan fortfährt, den Springer B3 besser hinzustellen, dann hat Schwarz das an dieser Stelle schön giftige Springer E3. Und das war die Idee von Springer G4. Und da sehen wir auch, warum die Dame auf B6 so gut steht. Hier dieses Vis-a-Vis mit dem König. Da stehen zwar noch drei Leute dazwischen, aber das löst sich ganz schnell auf. Und wird dann bedrohlich für Weiß. Weiß hat ja hier nichts anderes, als den Springer rauszunehmen. Sonst ist Material weg. Es hängen ja Dame und Turm. Insofern F, E, D, E. Und jetzt droht halt E-D mit Schachgebot. Und dann würde sich Weiß noch weiter durchfressen. Insofern hat man hier nichts anderes, als mit dem König aus diesem Schach rauszugehen. Dann knipsen wir einen raus. Und Schwarz steht deutlich besser. Also hier spricht schon vieles für Schwarz. Das sind die... Den wollte ich eigentlich auf die D-Linie gucken lassen. Nicht auf die C-Linie. Die Türme kommen wunderbar ins Spiel. Auf der D-Linie, die Dame fühlt sich da gar nicht so richtig wohl. Der Läufer ist viel besser, als der weißfeldrige Läufer des Weißen. Weil halt die Bauern auf... Der weiße Bauer ist auf Weiß festgelegt. Das behindert den eigenen Läufer, während für Schwarz es genau richtig steht. Der Läufer guckt an seinem Bauern vorbei, ist viel aktiver. Der Springer C1 macht keine glückliche Figur und stört auch die Koordination der Türme. Klarer Vorteil Schwarz. Die Maschine ist ja schon bei minus 1,2 oder so. So könnte man das spielen. Und man hat auch mit Weiß gar nicht so richtig Möglichkeiten, dem zu entgehen. Wenn man hier nicht das naheliegende Springer C1 macht, wenn man zum Beispiel König H1 versucht, um aus diesem Springer E3 rauszukommen, dann kommt sehr stark D3. Und es hängt F2. Und der ist gar nicht so leicht zu decken. Man müsste schon fast König G1 spielen. Man kann ja schlecht mit der Dame den decken, weil dann fresse ich mich auf C2 durch und nehme den einfach weg. Aber wenn du schon an dieser Stelle dann König G1 spielen musst, und dann kommt auch DC, Dame C2 und die Türme kommen auf die D-Linie und Schwarz steht riesig. Hier nach Angel-Maßstellen sogar schon fast aufgewinnt. Man kommt das ja nun mal nicht so richtig raus. Dann haben wir Springer G4 an dieser Stelle mit der raffinierten Idee, an dieser Stelle dann Springer E3 zu spielen, das Präziseste. Christian spielt hier Springer D7. Das ist auch gut. Er will auch diesen strategisch wichtigen Abtausch, den schlechten gegen den guten Läufer tauschen. und seinen Springer, der auf F6 nicht so richtig viel macht, umgruppieren. Er möchte den halt nach C5 fahren, denn er sieht ja kommen, dass Weiß seinen B3-Springer ziehen wird. Und in dem Moment, wo der C5 entblößt, soll halt der schwarze Springer hier auftauchen. Es wird natürlich zu klären sein, was der denn auf C5 macht und ob der da so richtig weiterkommt. Läufer E7, Springer E7, Springer C1, Springer C5. Da sind sie schon. Okay. Und jetzt Weiß wieder. Man könnte jetzt fortsetzen mit Springer D3, wie es geplant war. Aber Schwarz wäre dann wahrscheinlich ganz zufrieden mit diesem Abtausch, denn man kriegt Spiel gegen den Bauern D3. Man kriegt die C-Linie, um die Weiß schlecht kämpfen kann, weil hier ja auch immer der Bauer B2 hängt. So hatte Christian sich das gedacht und das wäre tatsächlich auch ganz gut für Schwarz. Insofern lässt Efe Menko den Springer C1 erstmal stehen, wo er ist und er findet eine andere Idee, wie Weiß seine Stellung verbessern kann. Wir hatten das Thema schlechten Torläufer gegen guten Läufer tauschen ja schon und das geht andersrum genauso. Spielt Läufer F3 mit der Idee, als nächstes Läufer G4 zu spielen und seinen vom eigenen E4-Bauern gehemmten Weißfelder vom Brett zu kriegen gegen den viel aktiveren schwarzen Weißfelder. Tja, Läufer G4 liegt in der Luft. Das Ganze als Schwarzer ganz gut ignorieren. Turm AC8 und alles ist super. Turm AC8 und Schwarz hat Raum, hat die halb offene C-Linie und hat keinen Grund, sich zu beklagen, auch wenn Weiß dann dazu kommt, mit Läufer G4 den Läufer vom Brett zu kriegen. Man kann diesem Läufertausch auch ausweichen. Die Maschine findet das gar nicht so schlecht sogar. F6 ist hier eine Idee. Ich war davon gar nicht so begeistert, aber die Maschine sagt, ja, finde ich eine gute Idee, es ist wert, weil man dann nach Läufer G4 Läufer F7 hat. Das hält halt einfach diesen nominell etwas besseren Läufer auf dem Brett. Andererseits ist dieser Läufer G4 jetzt auch gar nicht so schlecht und vor allen Dingen, der strahlt nach C8 und wir würden ja uns gerne auf der C-Linie ausbreiten und was machen, da kommen wir jetzt nicht so richtig hin. Insofern mich das nicht so begeistert, wenn man die Maschine sagt, kann man auch gut spielen und so schwarzen Vorteil festhalten. Christians Zug hält auch schwarzen Vorteil fest, aber ich war hier geneigt, ich habe mit ihm gerungen, ob ich ihm hier einen zweifelhaft verpasse, ein Fragezeichen, Rufzeichen. Der Springer G6 nicht so richtig viel leistet. Ich verstehe nicht, was der Springer auf G6 macht. Ja, es gibt gleich, ich meine, jetzt kommt jetzt dieser Abtausch der Läufer. Den hat ja Weiß schon angekündigt und natürlich ist jetzt immer mal das Motiv Springer C4 in der Stellung mit dem Doppelangriff und jetzt durch den Springer G6 ist der auf E5 gedeckt. Aber das kann ja schlecht das Argument sein. Wir stellen eine Figur ab aus dem einzigen Grund, dass die einen Bauern deckt, aber ansonsten hat sie halt keine Felder und steht hier im Abseits. Also ich bin von dem Springer G6 nicht so richtig begeistert. Das scheint mir nicht der konstruktivste Zug gewesen sein, um die schwarze Stellung zu verstärken, auch wenn es nichts daran ändert, dass Schwarz hier weiter angenehmer steht. Turm AC8. Jetzt kommt der Turm auf die C-Linie, da gehört er hin und Efimenko spielt Springer D3 und bringt seinen Springer in die Partie und möchte auch gerne den auf D3 tauschen. Springer D3 CD. Und diese Stellung sollte dir bekannt vorkommen, denn das ist die, die wir am Anfang des Videos gesehen haben und ich wollte darauf hinaus, dass der naheliegende Zug nicht gut ist. Denn jetzt ist die C-Linie hier offen und was würde sich eher anbieten, als hier einzusteigen, auf die zweite Reihe und Turm C2 zu spielen. Aber Turm C2 ist leider nicht gut, denn jetzt kommt Springer C4 und plötzlich stellt sich raus, dass der Turm auf C2 eingesperrt ist. Springer C4 greift erstmal die Dame an und wenn wir jetzt ganz optimistisch Dame B3 spielen und ins weiße Lager eindringen, dann kommt Dame D1 und weiß steht schon fast auf Gewinn. Denn es droht Turm C1, ich habe es euch eingezeichnet, der Turm ist gefesselt und weiß gewinnt Material. So, man hat auf Springer C4 noch einen Klimmzug, man kann hier Dame C6 spielen und wenn Weiß dann Dame D1 macht, dann gibt man eine Qualität und kriegt dann am Ende hier noch einen Zentrumsbauern mit der Dame und hat wahrscheinlich Kompensation, weil man halt eh ganz gut steht, aber auch nicht mehr als das. Also Turm C2 wäre voreilig wegen Springer C4 und plötzlich ist der Turm in Schwierigkeiten. Das hat Christian natürlich gesehen und spielt das viel stärker an dieser Stelle. Er spielt Dame A6 und das hält schwarzen Druck fest. Dame A6 mit Angriff auf den D3. Auch hier kann man Springer C4 spielen, ist vielleicht sogar am besten, aber dann kommt B5, man schmeißt den raus und dann kann man mit dem Turm einsteigen, weil dann geht halt dieses Springer C4 und der Turm ist gefangen nicht mehr. Das wäre eine etwas andere Partie. Efimenko spielt Dame F3 und deckt auf diese Weise den D3-Born. Ja, aber jetzt mein lieber Christian, jetzt lieber Christian, jetzt musst du einsteigen. Turm C2 ist hier der Zug. Man muss halt dann auch irgendwann mal weiterkommen und Fortschritte machen und hier ist Turm C2 gut und das Motiv Springer C4 kommt jetzt nicht mehr mit Angriff auf die Dame. Das heißt, Schwarz hat einen Zugzeit mehr und das ändert die Bewertung der Stellung grundsätzlich. Es bleibt dabei, dass dieser Turm jetzt eingefangen wird, aber nach B5 geben wir den gerne her, denn nach Dame D1 opfern wir hier gerne eine Qualität und kriegen hier diese wunderbare Phalanx, die einen Haufen Felder kontrolliert, haben noch dazu einen Bauern für die Qualität, sodass das materiell eh fast ausgeglichen ist und haben hier Superkompensation für die Minusqualle. Diese beiden sind eine Macht und natürlich könnte die schwarze Stellung noch besser sein. Der Springer G6 ist halt nicht ideal. Der muss jetzt irgendwie wieder zurück in die Partie. So wäre eine Route. Hier würde der besser stehen. Der Turm C8 muss auch noch was machen. Also Schwarz ist noch lange nicht fertig, aber diese Phalanx mit dem Raum und diese schlecht koordinierten weißen Schwerfiguren, das gibt Schwarz an dieser Stelle Vorteile. Das ist natürlich leichter gesagt als ausgeführt, denn wenn wir uns daran erinnern, noch vor einem Zug war Turm C2 schlecht wegen Springer C4 und jetzt einen Zug später wäre Turm C2 der richtige. Davon muss man sich halt, man muss sich halt erstmal von dem lösen, was ein Zug vorher war und dann muss man auch noch vorhersehen, dass man hier eine Qualle geben kann und das tatsächlich die Qualle wert ist. Und das ist Christian an dieser Stelle nicht gelungen. Er hat sich Turm C2 nicht getraut. Jede Wette hat er denen überlegt und ziemlich sicher hat er auch genau dieses geprüft. Aber er hat sich dagegen entschieden, hier die Qualität zu opfern und dachte, ich knete das einfach so weiter und ohne Material zu geben. Aber Turm C6 ist nicht so toll. weil jetzt kämpft Weiß wieder um Ausgleich oder ist wieder in der Nähe des Ausgleichs, denn jetzt kann er um die C-Linie kämpfen. Turm FC1, Turm FC8, Turm C4, Schlecht C4, Schlecht C4, B5, Springer D2. Und wir haben schon wieder diese Konstellation erreicht, aber hier bringt jetzt Turm C2 nicht so richtig. Entschuldigung, ich habe einen Kratzer im Hals. Wenn wir hier Turm C2 machen, da mit D1 und jetzt geht nicht richtig weiter. Und Vorsicht, man kann den jetzt auch nicht so richtig decken mit, was weiß ich, Dame C8, das ist nicht so richtig toll, weil dann kommt wieder Springer C4 und hier bringen diese Qualitätsopfer nichts, weil wir kriegen halt diese tolle Phalanx auch nicht hin. Und auch Dame A4 geht überhaupt nicht, weil dann kommt B3 und dann ist der Turm auf C2 wieder weg. Also Turm C2 ist hier nicht so toll, denn nach Dame D1 hat der Turm eigentlich nichts anderes, als sich wieder zurückzuziehen und dann kann Weiß Turm C1 machen, kämpft um die C-Linie und ist in der Nähe des Ausgleichs. Darum entschied sich Christian hier gegen Turm C2 und spielt Dame A4. Das ist viel besser. Dame A4 droht jetzt hier mit der Dame einzusteigen und klärt diese C2-Konstellation und vor allen Dingen stellt es Weiß die Frage, hast du denn überhaupt einen konstruktiven Zug? Was willst du denn hier jetzt überhaupt machen? Zaha Efimenko spielte Dame D1 und bot Remy an. Und Dame D1 ist der letzte Zug der Partie, erstaunlicherweise, denn Christian Glöckler mit Elo 2,3,50 mit Schwarz gegen 2,5,70 hat an dieser Stelle das Remy angenommen, aber sowas von aus der Position der Stärke. Der kann das hier gut weiterspielen. Dame D1, Turm D1 und jetzt haben wir Turm C2 geschafft und das Endspiel ist klar besser für Schwarz. Schwarz ist deutlich aktiver. Er wird hier wahrscheinlich ein paar Sachen geprüft haben. Das hat mich dann auch überrascht. Weiß hier A4 spielt, dann kann Weiß hier ganz guten Bauern opfern. Also es wäre für Schwarz jetzt gar nicht so gut, den B2 zu nehmen. A, B, Turm B5. Denn tatsächlich ist dieses Endspiel okay für Weiß. Der A7 hängt, wenn man den dann ein bisschen passiv deckt, dann springt der plötzlich ins Leben. Und der G6, wir sprachen schon über ihn, ist eher eine traurige Figur, der muss erstmal irgendwie in die Partie zurückkommen, während die weißen Figuren deutlich aktiver sind. Hier liegt ein Hebel in der Luft. Der weiße König wird sich aktivieren. Und natürlich nominell ist das ein klein bisschen besser für Schwarz, denn wir haben den Bauern mehr im Endspiel. Aber Weiß ist so aktiv. Weiß hat hier gute Remischancen. Also man kann das gar nicht so auflösen mit den Mehrbauern. Wenn Weiß hier A4 macht, habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, man hält es einfach. Man nimmt den Bauern gar nicht mit, sondern spielt A6, hält die Drohung auf B2 zu nehmen aufrecht und behält auf diese Weise Druck und Vorteil. Das hätte Christian durchaus so weiterspielen können und Zaha Efimenko hätte ein sehr, sehr schwerer Kampf um den halben Punkt vorgestanden. Aber Christian nahm das Remis und das war nicht das Einzige in diesem Turnier. Der hat mehrere solche Remisen aus der Position der Stärke abgegeben. Daraus wird er seine Schlüsse ziehen. Der wird jetzt mit seinem Trainer, mit Thomas Pelz unter anderem, sich diese Partien angucken und ich würde annehmen, dass Schachfreund Pelz ihm sagt, ja hier Christian, spiel doch. Ich meine, du bist zwölf, du hast nichts zu verlieren und du hast beste Aussichten, hier in einem Kampf gegen einen starken Großmeister einen Punkt zu machen und vor allen Dingen dich schachlich zu verbessern. Was willst du noch? Warum den Spatz in der Hand und deine Normen, die kommen schon von alleine. Christian nahm den halben Punkt, super. Christian bekam die IM-Norm, auch super. Und seien wir gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Wie diese Partie weitergegangen wäre, werden wir leider nicht sehen, weil damit die Eins war der letzte Zug und Christian aus der Position der Stärke gegen einen ehemaligen 2700er nahm den halben Punkt und wir gratulieren zur zweiten IM-Norm. Ich nehme an, das Gratulationsvideo zur dritten IM-Norm kommt noch in diesem Jahr. Ich sagte es ja eingangs. Es gab noch ein kleines Drama in Bremen, denn eigentlich hatte auch Jana Schneider eine IM-Norm, aber eigentlich dann auch wieder nicht. Ich habe eigentlich, ich plane eigentlich euch das morgen zu zeigen, das Jana-Drama. Ich habe auch noch was anderes auf der Agenda. Ich habe ja, hier gab es lange kein Video mehr. Ich wollte eigentlich eins über mein Wochenende mit Hikaru machen. Ich war ja lange bei der Bundesliga, wo auch Hikaru rumturnte und habe ihn da aus nächster Nähe erlebt und auch ein bisschen für mich gehabt, sogar zeitweise. Das war sehr, sehr interessant und meine Eindrücke wollte ich euch schildern. Habe ich euch sogar geschildert. Ich habe dazu nämlich was aufgenommen. Dann ist mir durch einen technischen Defekt das Video abhanden gekommen und ich habe irgendwie nicht die Motivation gefunden, das noch ein zweites Mal aufzunehmen. Das mache ich aber noch. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Also ich nehme an, dass es auf diesem Kanal jetzt wieder weitergeht. Heute erst mal mit Christian, seiner zweiten Norm. Wir gratulieren und morgen wahrscheinlich mit Jana. Schauen wir mal, vielleicht kommt mir auch noch was anderes in den Sinn. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr wieder da seid, nachdem hier eine Zeitpause war. Bis sehr bald auf diesem Kanal. Macht es gut. Ade. Bis zum nächsten Mal.